Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Die Zinskurve geht steil nach oben. Mittlerweile haben alle Zinsbindungsfristen die 2%-Marke geknackt. Die inoffizielle Zinswende ist längst da und auch die offizielle Wende steht wohl kurz bevor. Was jetzt wichtig ist, klären wir in dieser Podcast-Folge. Doch zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens, selbst die kurzfristigen Bauzinsen haben die 2%-Marke geknackt und bei den langfristigen Zinsbindungen geht es um 0,88%-Punkte nach oben. Zweitens, die hohe Inflationsrate von 7,4% ist vor allem Teil einer Energiekrise. Und drittens, die EZB beginnt vermutlich im Juli mit der Vorbereitung der Zinswende. Wie steil kann eine Zinskurve eigentlich verlaufen? Unser ImmoScout24 Zinsbarometer sagt dazu, ja. Ja, es geht sehr steil nach oben. Die 2%-Hürde ist geknackt. Selbst ExpertInnen reiben sich verwundert die Augen, wenn sie sehen, wie schnell die Zinsen aus ihrem ruhigen Fahrwasser springen. Im Vergleich zu den Veränderungen seit Jahresanfang hatten sich die Zinsen im gesamten Jahr 2021 so gut wie gar nicht bewegt. Miriam Mohr vom Baufinanzierungsvermittler Interhüb AG glaubt an einen weiteren raschen Anstieg der Zinsen. Dass die Bauzinsen steigen werden, hatten viele prognostiziert. Dass sie so schnell so stark steigen, kam für den Markt aber unerwartet, sagt sie und wagt eine Prognose. Wir halten 2,5 bis 3% für 10-jährige Darlehen bis Jahresende für realistisch. Derzeit liegen diese kurzfristigen Darlehen noch knapp über der 2%-Marke. Die Zinsen werden derzeit von einer ganzen Reihe von volkswirtschaftlichen Faktoren beeinflusst. In vorderster Reihe steht die Inflation. Das Statistische Bundesamt vermeldet für März eine Inflationsrate von 7,3%, die sich im April sogar noch auf 7,4% erhöhte. Dieser Wert bezieht sich immer auf denselben Monat im Vorjahr. Erinnerst du dich, dass wir in den vergangenen Jahren eigentlich immer knapp an der Deflation, also eines Preisverfalls, vorbeigeschrammt sind? Die Europäische Zentralbank, EZB, strebte aber stets eine Inflation von knapp unter 2% an, also einen moderaten Preisauftrieb. Woher kommt nun eine so gewaltige Preissteigerung? Ein Blick auf die Einzelwerte der Inflationsberechnungen offenbart es überdeutlich. Energieprodukte verteuerten sich im März um fast 40%. Richtig teuer wurden leichtes Heizöl mit einem Plus von 144%, Kraftstoffe plus 47,4% und Erdgas plus 41,8%. Auch Nahrungsmittel verteuerten sich. Das sind aber tatsächlich Nebeneffekte, denn ohne die Preisübertreibung bei den Energieprodukten lege unsere Inflationsrate bei nur 3,6%. Man kann sich leicht erklären, woran es liegt, denn die Nachrichten sind täglich voll davon. Es ist der Krieg in der Ukraine, der in Europa die Angst vor einer Energiekrise schürt. Russland hat Polen und Bulgarien die Gasleitung abgedreht, weil sich diese Länder nicht an die Zahlungsmodalitäten halten, die sich Russlands Präsident Putin ausgedacht hat. Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört nicht viel Fantasie dazu, hierin einen Erpressungsversuch zu sehen, der sich auch bei anderen Ländern wiederholen könnte. Gäbe es keine Energiepreisabhängigkeiten, stünde Russland nach den geballten Sanktionen des Westens ziemlich schnell völlig isoliert am Rand. Man könnte meinen, dass sich Krieg und Corona damit abwechseln, die Weltwirtschaft zu bremsen. Und das in einer Situation, wo die Corona-Krise vielerorts schon als überwunden galt. Für Neubauvorhaben ergeben sich aus der aktuellen Situation mehrere Probleme. Nach den Lieferengpässen der vergangenen Monate steckten schon wieder Containerschiffe fest. Diesmal in China, wo die Regierung mit ihrer No-Covid-Strategie wichtige Häfen und Umschlagplätze für Warenlieferungen stilllegt. Mit jeder Woche, in der es auf Baustellen nicht losgeht oder Finanzierungen nicht abgerufen werden können, steigt das Risiko auf steigende Bauzinsen und teilweise empfindlich höhere Kosten für Bauleute. Jahrelang haben die niedrigen Bauzinsen die hohen Preise überhaupt möglich gemacht, sei es für Neubauvorhaben oder für den Kauf von Bestandsimmobilien. Die Zinswende bei den Bauzinsen ist, wie wir gesehen haben, längst da. Sie werden aber künftig noch weiter unter Druck geraten, denn die EZB hat auf ihrer Zinssitzung Mitte April erste Andeutungen gemacht, dass sich die jahrelange Nullzinspolitik ihrem Ende nähert. Die Inflationsrate, anfangs als vorübergehende Erscheinung betrachtet, zwingt die EZB jetzt zum Handeln. In der gegenwärtigen Situation, die von hoher Unsicherheit geprägt ist, wird der EZB-Rat bei der Durchführung der Geldpolitik Optionalität, Gradualismus und Flexibilität wahren. So tönt es arg verklausuliert in der Pressemitteilung. Im Klartext bleiben die Zinsen zunächst bei 0,00 Prozent und auch die Einlagengebühren für Banken bei minus 0,5 Prozent. Neue Anleihen im Rahmen des APP-Anleihenkaufprogramms sollen ab Juli nicht mehr gekauft werden. Das sei die Voraussetzung für eine echte Leitzinserhöhung. Bundesbankchef Joachim Nagel rechnet öffentlich bereits im selben Monat mit dem ersten Zinsschritt und der lettische Notenbankchef Martin Kasachs stellt sogar bis zu drei Zinsschritte im Jahr 2022 in Aussicht. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Die Bauzinsen legen einen weiteren Zahn zu. Je länger die Zinsbindungsfristen sind, desto stärker haben sich die Zinsen im Monatsvergleich verteuert. Bei den 20-jährigen Bauzinsen sogar um ganze 0,82 Prozentpunkte. Kredite mit fünfjähriger Zinsbindung verteuerten sich im vergangenen Monat um 0,57 Prozentpunkte auf hohe 2,25 Prozent. Im Vormonat waren es 1,68 Prozent. Selbst bei der kürzesten Zinsbindungsfrist wurde also der Durchbruch durch die 2-Prozent-Grenze erreicht. In der nächsten Stufe ging es um 0,66 Prozentpunkte hinaus. Die zehn Jahre laufenden Kredite lagen im April bei 2,38 Prozent. Im Vormonat waren es 1,72 Prozent. Noch eine Schippe drauf, nämlich 0,68 Prozentpunkte, legten die Kredite mit der 15-jährigen Zinsbindung. Sie schlossen bei 2,62 Prozent. Im Vormonat waren es 1,94 Prozent. Die Zinsen der für 20 Jahre festgeschriebenen Baukredite erhöhten sich um 0,82 Prozentpunkte und liegen Ende April abschließend bei 2,77 Prozent. Im Vormonat waren das noch 1,95 Prozent. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob die Zinsen weiter so rasant nach oben klettern, dann hört euch den Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann. Tschüss. Tschüss.